1 Mark ist hier zum Verkauf angeboten. Die silberne Limousine hat drei Türen und bietet zwei Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 15.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Start-Top-Automatik, Schiebedach, elektrische Fensterheber, Panoramadach und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 71 PS. Der Wagen ist mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017